Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr bestimmt schon im Titel und im Thumbnail gesehen habt, geht es heute um ein neues Modpack-Projekt bzw. einen neuen Modpack-Server, den wir jetzt anfangen zu planen. Beim letzten Mal ist es ja ein bisschen schief gelaufen, also wir hatten ziemlich viele Mods und wir hatten zwar alles vorher so getestet, ob alles so funktioniert, wie es soll, aber leider haben sich ein paar Mods, vor allem wenn man ein bisschen weiter gespielt hat, was wir so weit nicht getestet haben, untereinander gebissen, wodurch das Server halt immer extrem gelaggt hat und naja, irgendwann war es dann nicht mehr spielbar, was dazu geführt hat, dass wir den Server leider abschalten mussten fürs Erste und den nie wieder angemacht haben. So, beim nächsten Modpack, wir machen natürlich wieder ein eigenes Modpack, wir nehmen kein vorgefertigtes Modpack, das wäre ja auch ziemlich langweilig und da kommt ihr natürlich mit ins Spiel, wo ist der Tester hier? Und da kommt ihr natürlich mit ins Spiel, weil ihr könnt mitentscheiden, was für Mods in das Modpack rein sollen und wenn ihr sagt, ey, yo, NIO zum Beispiel, muss unbedingt rein, schreibt es unten in die Kommentare. Also ihr könnt unten in die Kommentare äußern, inwiefern ihr euch ein Modpack-Projekt vorstellen könntet, also worum es ungefähr gehen soll, was so die Hauptthemen sind, was für Mods drin sein sollen. Vor allem was Mods angeht, könnt ihr gerne eure Vorschläge alle in die Kommentare schreiben, am besten, wenn ihr die Zeit findet, noch eine Begründung dazu schreiben, warum denn jetzt ausgerechnet diese Mod. Dann hab ich auch schon in der WhatsApp-Gruppe nachgefragt, da meinte einer, er wird gern so ein Sky-Projekt machen, äh, Sky-Modpack, also wo man gar nicht so eine normale Map hat, sondern so Inseln in der Luft. Klingt auch vielleicht interessanter, weiß ich aber noch nicht, wie man das Ganze mit dem Konzept vereinbaren kann, was man dann im Endeffekt rauskriegt durch eure ganzen Zusendungen, was Mods und so weiter angeht. Also ein paar Mods sind klar, die drin sind, das sind diese Standard-Mods, alter, was war jetzt los? Oh ne, nicht schon wieder TTT-Minecraft. Ich krieg schon wieder hier, äh, Anti-Cheat-Nachrichten, keine Ahnung, warum, liegt bestimmt an meinem Internet. Ja, super. So, einfach nochmal drauf, ey, das ist doch kacke. Ja, ja. So, gehen wir in eine neue Runde rein, zack, Baustelle bitte. Diesmal nicht auf TTT-Minecraft, ich mag die TTT-Minecraft-Map absolut nicht. So, aber wo ich dran war, mit dem Mod-Pack, so. Ihr könnt in die Kommentare jetzt schreiben, was für Mods ihr gerne drin haben wollen würdet und was ihr euch unter dem Projekt vorstellen könntet, worum es ungefähr gehen kann. Soll es eher so sein, dass man alles zusammen baut und daher dann mehr Deko-Mods sind oder soll das eher, ja, toll, ich bin rausgeflogen, oder soll das mehr so, ähm, PvP-lastig werden oder PvE-lastig mit Mobs, die halt stärker sind als die normalen, etc. pp. Oder eine Mischung aus beiden. Also da sind wir noch für die Vorschläge relativ offen, weil wir noch relativ am Anfang von der Planung sind. Den Server ziehen wir natürlich wieder von Heidau.biz. Das ist natürlich klar. So, da haben wir auch wieder einen Schwerz, zack. Und, ähm, da könnt ihr dann, da die Planung noch relativ am Anfang ist, alles mitentscheiden, wie das nächste Mod-Pack-Projekt aussehen wird. Also, schreibt fleißig in den Tasten, was ihr haben wollt, wie ihr euch das vorstellen könntet und so weiter und so fort und dann setzen wir uns dran, die Mods zusammenzustellen in ein Mod-Pack, was wir dann auch zum Download bereitstellen werden und den Server dann halt aufmachen, um dann zusammen zu zocken. Da freue ich mich schon drauf, mal wieder ein schönes Mod-Pack-Projekt für den Server, also für den GermanMC-Server, für den normalen, ich wollte gerade sagen, Vanilla-Server, ist ja kein Vanilla-Server, für den normalen Spy-God-Server ohne Plug-Ins. Was macht der da? Ähm, so. Ähm, für den normalen Spy-God-Server, also den GermanMC.de-Server, da werde ich in Kürze auch noch ein Video zu hochladen, weil da wird noch ein Team für gesucht, also beziehungsweise Leute, die da helfen und so weiter und so fort. Da kommt aber noch ein extra Video zu. Na, hallo. Ich war gerade im Tester, wenn du mich fragst, was willst du? So. Dann ist ja jetzt das letzte Video, höchstwahrscheinlich, was 2018, wollte ich gerade sagen. Das letzte Video, was 2018 auf diesen Kanal kommt. Nein, das letzte Video, was 2017 auf diesen Kanal kommt und ich möchte ab nächstes Jahr auch einiges verändern. Hm? Warum schlägt der mich denn? Einiges verändern. Also zum einen, ab dem 18.01., spätestens ab dem 18.01. habe ich wieder meine schnelle Internetleitung. Das heißt, ich kann wieder schön streamen. Ey. Ich kann wieder schön streamen. Da werde ich dann auch regelmäßig streamen. Ich habe wieder richtig Bock zu streamen. Da könnt ihr auch gerne eure Spielvorschläge noch in die Kommentare schreiben. Aber, also heute in diesem Video ist sehr... Alter, willst du mich verarschen? Warum tötet der mich? Passt. Alter, nein. Hört auf, mich zu schlagen. That is how it is. Warum schlagen die... Oh Mann. Nee, der war jetzt nicht... Ja, super. Das hat super funktioniert. Also in diesem Video sehr stark eure Mitarbeit. Bist du mal so eure Kommentare gefragt. Zum einen natürlich wegen dem ModTrak-Projekt. Zum anderen, ich möchte ab nächstes Jahr dann, wie gesagt, wieder etwas mehr streamen. Da könnt ihr auch gerne eure Spielvorstäge in die Kommentare schreiben. Der Server wird bald wiederkommen. Was heißt bald? Da bin ich jetzt nächstes Jahr ein Video zu machen, wo halt ein Team gesucht wird, was da mithilft. Also, vor allem Leute, die sich auch damit auskennen. Supporter und so weiter. Erstmal nicht, weil die findet man ja sowieso wie Sand am Meer. Eher Leute, die sich halt mit Linux-Servern, Rootserver, Vserver etc. pp. auskennen. Die werden eher gesucht, so Supporter, Moderator und so ein Zeug. Eher nicht, falls ihr euch jetzt schon eine Bewerbung schreiben wolltet. Aber dazu will ich, ich werde bald auch eine Bewerbungs-Mail erstellen. Also bewerbung at germamc.de, wo man dann seine Bewerbung hinschicken kann. Aber das folgt erstmal in einem anderen Video. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr 2018. Ab 2018 geht es hier wieder richtig los. Spätestens ab dem 18.01., wenn ich endlich wieder Internet habe. Also, was heißt Internet habe? Schnelles Internet. Guten Upload-Speed, konstanten Upload-Speed. Da freue ich mich so riesig drauf. Ich hasse Umzüge. Da hat man kein Internet, da hat man schlechtes Internet. Immer nur Probleme, Probleme, Probleme. So viel Arbeit. Aber ab nächstes Jahr Januar geht es los. Schreibt in die Kommentare, was für Mods ihr gerne im neuen Modpack-Projekt drin haben wollt. Worum sich das Modpack-Projekt drehen soll. Wenn ihr vielleicht so eine kleine Story habt oder ähnliches. Auch einfach ab damit in die Kommentare. Und dann auch in die Kommentare schreiben, was ich denn ab nächstes Jahr so streamen soll. Weil ich will echt wieder öfter streamen. Ich habe auch nächstes Jahr mehr Freizeit. Also, ich muss weniger arbeiten als jetzt die letzten Monate. Was natürlich sehr, 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 sehr gut ist. Und ich freue mich auf das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr euch auch. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr euch gefragt habt. Guten Rutsch. Und wir sehen uns 2018 wieder. Haut da rein.